neue woche neuer pfiff der woche und dazu ein sportliches willkommen aber wenn ich sage pfiff der woche dann stimmt das nicht ganz denn wir haben diese woche pfiffe der woche gleich zwei stück kleines special für die nach osterzeit für euch und wir starten einmal mit einer situation im ost derby und zwar zwischen dem mbc und chemnitz es kommt zu diesem stil hier dem anschließenden dunking von stove und dann das ist dann hier zu sehen gibt es diesen kleinen rempler den kleinen aber feinen rempler und danach noch den applaus in richtung gegenspieler in richtung schiedsrichter dafür gibt es dann zum schluss ein unsportliches foul in dieser situation und die schiedsrichter haben sich kurz besprochen also unsportliches foul entschieden okay das ist also die erste situation eine ähnliche situation haben wir aber auch bei dem duel zwischen alba und auf der anderen seite hamburg für euch am start und das wollen wir euch natürlich auch noch mal ganz genau zeigen und schauen da drauf alba berlin in den gelben trikots die sind in der defense und dann wird hier erst mal gefinisht und dann achtung was passiert da ebenfalls ein rempler ebenfalls den einwurf da so halb verhindert dieses mal aber geahndet mit einem technischen foul was ist der richtige call was ist der richtige pfiff haben die beiden situationen was ähnliches oder sind die beiden situationen aus eurer sicht komplett verschieden das ist die große frage beantwortet uns das gerne wieder eure sicht auf die dinge ist in den kommentaren schreibt rein wie ihr bewertet hättet auf beiden situationen wie ihr einzeln bewertet hättet oder ob sich das hier gleicht oder auch nicht wie es dann am schluss ausgehen wird wie die begründung dafür ist darauf freue ich mich schon sehr das gibt es dann ende der woche mit gleich zwei protagonisten und die werden uns dann erklären wie sie warum wo auf welcher regel basierend entschieden haben ich freue mich auf eure kommentare und dann natürlich auch auf den besuch der zwei pfeifenden bis dahin macht's gut bleibt sportlich und bis ganz bald vom doppelpfiff der woche